hallo meine lieben hier habe ich eine sehr moderne wohnung wieder mal in machmuttlar drei zimmer 115 quadratmeter zwei bäder die wohnung ist voll die anlage hat alle möglichen sachen die man braucht ihr seht schon hamam ist dabei dann diese rutsche ist dabei und eine schöne eine interne parkanlage zum gemeinsamen nutzen es ist in machmuttlar nordöstlichen machmuttlar und jetzt schauen wir uns mal die wohnung an gemeinschaftssauna gemeinschaftsparkplatz das ist das gebäude es ist nicht mal zehn jahre alt und hier funktioniert noch alles die wohnung kostet 65.000 euro ist aber wie gesagt mit hamam und sauna und so weiter die nebenkosten betragen 350 türkische lira und die wohnung ist möbliert das ist nicht die wohnung sondern das ist der eingang zu sauna und zu den toiletten und man hat noch einen extra jacuzzi dazu und eingang zum hammer hier haben wir den einen balkon wir haben zwei balkone und hier haben wir das eine bad hier haben wir das wohnzimmer die geräte sind alle mit dabei ist der eingangsbereich ein bisschen sachen zum sporttreiben sind auch dabei entschuldigung aber zu sowas zu sowas sage ich nicht fitness fitness raum sage ich nicht dazu weil das ist mir einfach zu wenig sachen aber ein tisch also tisch denn es ist schon mal gut kann man mit den nachbarn spielen oder mit der eigenen familie freundin tja und hier die küche von der größe her sehr gut und hier noch mal der eingangsbereich top modern hier das wohnzimmer jeder gangbereich mit sagt halt garderobe und hier das andere bad und hier das andere balkon und jeder pool und wie gesagt es ist nicht zu alt hier das andere schlafzimmer also es wird möbliert verkauft hammerpreis weiß modern ist weiß neues weiß hamam hat das einzige manko ist zu fuß muss man zum strand fast 17 20 minuten laufen also mehr als 15 minuten und hier noch mal der eingangsbereich und von oben der pool das ist eine andere wohnung das ist unsere zwei zimmerwohnung gleich neben ein café für sehr wenig geld ok hier noch mal zurück zur wohnung also wer lust hat 65.000 euro vor ort kann man natürlich verhandeln wie immer bei all meinen videos bei all meinen wohnungen kann man vor ort mit dem hausbesitzer zusammen quatschen und fragen was er denn als allerletztes für ein preis will das machen wir natürlich auch für euch ok so viel von mir meine lieben wer lust hat meldet sich vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten video